Ich wollte den Granaten-Bot noch mehr angucken Passt das gerade nicht, weil diese... ...Trotze, die du mir gegeben hast, nicht Autofeuer macht und mit zwei Schuss... Und wie ist die? Höchst und praktisch Naja, ist halt ne Murph, ne? Ja ja, aber ne recht starke, das ist eben... Die andere ist halt... ...irgendwie immer noch geiler Weil die halt wirklich... ...Stand Ich will nicht einen hab, der wirklich viel stärker ist Kommt das weg Oh Ach, nehm ich die mal jetzt Und ich brauch Munition, meine Güte, ich hab so viel Munition verbraten Äh, ja... Ja Gut, und ich glaube dann könnten wir möglicherweise größer sein für das nächste Level Wer weiß Wer weiß Ich mein, wir könnten ja auch Nebenmissionen machen, wir können aber auch die Hauptsache weiter führen Sicher, die Frage ist halt was für gute Nebenmissionen wir momentan noch haben Sagen wir so, wir haben eigentlich noch fast alle in die Missionen Wir haben in Sanctuary noch sechs nicht angenommen Ja, wir kommen hier in Sanctuary, das ist das Problem Du erinnerst dich vielleicht Ja, das ist... Ich kann mal kurz lächer haben wir denn momentan noch offen Wir schweben besser fahren und der Rest ist banal Banal bringt uns kaum was Von daher Hm Draußen sollten wir irgendwann machen, einfach nur nie gemacht zu haben Dann... Haben wir jetzt die Haare schön Das ist ein sehr weites Backtracking, ne? Ich sag's nur Nö, wieso? Wir haben doch fast Trouble Aber auch nicht überall hin Äh, dahin glaub ich schon Die Station war doch hier irgendwo, ne? Ja Bestimmt Ich meine, ich wäre hier an einer vorbeigekommen Die Bombe da oben sieht super aus Nein, ihr Viecher seid mir alle 100%ig egal Ich hab mir ein Schild noch nicht ausgerüstet, weil ich doof bin War doch ein fast Trouble, oder? Ich folge dem Punkt Manche von denen sind keine fast Trouble, sondern nur Speicherpunkte, wohl gemerkt Wohin? Ja, kann sein Wohin? Und dann Wirst du irgendwo ein Kabel hängen? Aber es führt ja innen rein, ne? Durchgehen kannst du nicht Das weiß ich War doch grad... So einen Generator der vielleicht dahinter steht, oder so Ne, man muss das Kabel lösen Geht da oben durch die Decke raus Underground Kabel, jo Geht durch die Decke raus, das heißt man muss das Kabel Man muss das oben abschalten, irgendwo Ne Oben wäre hier die Leiter Beispielsweise Ich klettere in dir hoch, das ist richtig, richtig Sexy Ja Sieht sehr gut aus Waffenkiste, oder irgendwas Kiste Waffen sogar Was ist das denn? Mhm Nichts geiles Geld, 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 Geld Tja, ja Noch mehr Kisten Ich glaube nicht, dass wir da lang kommen Wie es gedrückt hält, um Waffen zu wechseln, ist sehr nervig Wichtig ist, noch herauszufinden, wo das Kabel hinführt Gut Da, ich sehe das Kabel von hier aus Wird da lang? Okay, ist kaputt Okay, ist kaputt Wir können rein Schön Einmal rundherum laufen Und ich bin von der Brüstung gesprungen Ja, ich auch Ja, ich auch, aber an einem anderen Ort Mach vielleicht nicht immer gleich alles kaputt Und nutze vielleicht die Sachen mal zu deiner Für deinem Vorteil Mit das hier zu meinem Vorteil Ja Meine Güte, ihr rennt so weit vor Ja Ja, ich sehe nichts Gibt doch nichts zu sehen Doch, ein scheiß Roboter, der einem ständig in der Fresse hängt Oh, nur auf die Piste Eben Guck's gucken Kann da nicht mal Shortflinten drin sein? Nein Nein Kann mal verkaufen Kann mal verkaufen Willst du davon welche haben? Äh, ich vergleich gerade Eine ist, ähm, das sind beides keine Sniper, ne? Das weißt du Ja, klar Es geht mir jetzt hier eher um das Element Sniper ist gerade relativ egal Dann nehme ich dir vorher mit Die Explosion, das kannst du verkaufen Meine Ich finde es eigentlich recht interessant Dass ich wirklich von Meinen Singleplayer-Spielen gelernt habe Dass sowas wie diese Extro-Teile wirklich durch Suchen auch ausschaltbar sind Weil das haben wir zum Beispiel hier im Display nicht gemacht an einer Stelle Da sind wir einfach, oh da kommen wir nicht rein Tju Vorbeigelaufen Ja, ich meine, man kann die Zeit darauf investieren, man kann es auch sein lassen Aber es kann cool sein Jaaaa Außerdem mag ich diese kleinen Räsel einfach Ach, das schon Nein, dumm ist nicht wichtig genug Eine Granaten kriegst du nicht Die Hüte Was tust du da hinter uns? Ich? Ja Auch mit Granaten werfen Und drum schießen Für die Granate hat noch niemand gekillt Ja, dein oder meine? Je nachdem Nein Nee, meine ich hab bei Frauen Ich hab bei Frauen Ich hab bei Frauen Also beginnt Ja, jetzt ins Menü gehen Tja, zu spät leider Mhm Bin sehr interessant, dass diese Waffe Hammer und Sichel drauf hatte Die ich gerade gesehen hab Naja, ne? So Achja, das ist Ich erinnere mich an die Quest Ganz am Anfang Ja Die Quest funktioniert Doch, wir machen die jetzt Wir gehen zu dem Polymon-Cluster hinten Und den kommen wir schnell ran Ähm Da hat wer vorgespielt Nein Das weiß ich noch vom letzten Mal Ja, ich weiß Ich weiß Weil hinter der Hinter diesem Was ist hier aus Kasten? War so ne Polymon-Höhle Und ich hab nicht vorgespielt unbedingt Alter, kein Falschaden in nem Spiel ist echt genial Ja Ist echt nötig OMG Mach gar nicht richtig scheiße Mach nicht mal Schaden mehr Wichtig ist Nahkampf umbringen Okay Übrigens Schaut mal Die heißen Montan gar nicht Polymon-Cluster Klimabeast Ja Das ist noch so ne andere Quest gewesen NEIN Nahkampf umbringen bin ich gut für Joa, ich mein Wir haben hier nix zu befürchten Oh Oh Sammelst du Polymon-Fälle? Nein Ich liebe das Zeug Sie sind so weich und warm Und man kann damit perfekten Körder train abnehmen Woher weiß der, dass die warm sind? Hat das viele Gefühle auch noch, oder wat? Amelok will dir also eine Sniper-Rifle geben Lachhaftes Angebot Bring mir die Fälle und du bekommst eine geile Schrotflinte Die ich an den roten Kammeljäger abgenommen habe Ganz frisch Man riecht noch die Trauer an mir Capture up, halt die Fresse, danke Die Waffe ist eh scheiße, ist scheißegal was wir nehmen Schleben Was? Geld gibts Problem ist nur, wir haben den einen Normal getötet Das heißt, wir müssen jetzt einen anderen Ort suchen, wo Polymons spawnen Tja gut, das ist ja jetzt nicht so weit weg Oder Prima Beast, wie die momentan heißen Dank unserem lieben Freund, Hamelok Ich muss endlich mal das blöde Schild wechseln, ja, kann nicht wahr sein Eis, Eis, Baby Ich muss ehrlich sagen, eine Sache, die ich wirklich sehr gerne mag an Spike-Schaden Ist, ähm Tatsächlich Schock Spike-Schaden Weil die grundsätzlich Ja, die haben grundsätzlich eine Chance, ähm Den Spieler auch zu Schocken halt, wirklich Den Gegner Ich mein, gestant werden die aber auch von Feuer Dann wedeln die so Ja, ich weiß Aber Schock hat dann wirklich so Die Chance, einen Stromschlag zu versetzen Und der hält recht lang an Siehst du? Die Viecher muss ich gar nicht mehr umbringen Weil die fliegen immer in Schild und sterben Zum Fliefiecher Da liegt doch schon das Haar Reicht doch Ich hab meine Herausforderung geschafft Jetzt verpass ihm eins mit einem Nahkampfangriff Und nimm sein Fell Wunderbar, du hast jetzt genug Fell Bringe es mir und meine Sniper-Rifal gehört dir Jei Hör nicht auf ihn Bring mir die Fälle Und ich gebe dir eine Schwarzflinte Problem ist nur, wir können das nicht abgeben Weil die beide momentan in Sanctuary sind Ja, dann machen wir einfach eine andere Mission, die hier ist Und geben die dann ab, wenn wir soweit sind Ja Können die Viecher nicht mal mich angreifen? Bei mir sterben die Hallo, attackiert mich Polizistische Ackbau LOL Das war ein geiler Schuss Ich hab mit meiner recht ungenauen Maschinen Mit meinem Maschinengewehr einfach mal so in die Luft geschossen Ohne zu zielen Und dann ist mir einer dieser Viecher einfach direkt in den Schuss reingeflogen Nur einen einzigen Schuss abgefeuert, wohlgemerkt Ich hab auch die ganze Zeit mit der Schrotze Kalt, kalt, kalt Aber verdammt nochmal Das war ein richtig harter Schrei, ey Alter Warum greift denn die ganze Zeit mich an, ey? Weil du zurückhängst Ja, aber auch Eiferweiteren ignorieren Ja, Konstantin ignorieren, wohlgemerkt Die fliegen Hä? Ach ja, die Audio-Logs, genau Jo Die sind interessant, glaub ich Ja Hallöchen, Susann, wie geht's denn so? Hier ist Jack Keiner bewegt sich Keiner bewegt sich Keiner bewegt sich Was bedeutet das? Äh, Verzeihung, wie war noch ihr Name? Pierce Also, Miss Pierce Und, bitte brechen Sie mir jetzt nicht das Herz und sagen, dass es Mrs Pierce heißt Dieser Zug gehört nicht Ihnen Würden Sie sich bitte umdrehen und mich ansehen, meine Hübsche Dieser Zug wurde rechtmäßig requeriert unter Heilige Scheiße, hohohoho Was ist denn mit Ihrem verfickten Gesicht passiert? Oh Gott Ja Also, ich mach Ihnen einen Vorschlag, Lady Er ist tot Das bricht einem ja das Herz Aber jetzt haben Sie wenigstens was mit ihm gemeinsam Oh Oh, 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 meine Fresse Hast du Ihren Kopf gesehen, wie er so... Wahnsinn Wilhelm Wilhelm Töte diese Wilden ein Zerstoffen Noch mehr? Nein Okay Was für ein Jammer Bring mir die Echos bitte her, wenn du dich dazu in der Lage fühlst Äh, die kann man nie abgeben Eine Scheißpistole oder eine Scheißpistole? Ich hätte gerne eine Scheißpistole Kriegst du aber nicht Oh Ich kann das Quest-Board nicht auswählen Das kannst du auch nicht, weil keine Quests vorhanden sind an diesem Board Ja, weil du sagst, das kann man ja abgeben Ich habe es dort abgegeben Man muss es ins Inventar gehen, um sie abzugeben Okay, anscheinend Ja Nein, es ist... Der, der sie abgibt, kann selber Die... Ja, das merkst du nicht, wenn du die abgibst Weil du die immer selber abgibst Ja Wenn du die abgibst, müssen wir auch ins Inventar gehen, um die Rewards zu erhalten Okay, wusste ich nicht Gut So Nächste Kleinkram Mission Schnellreise? Schnellreise Auf jeden Fall Oder doch nicht Ach nee, Blackburn Cove ist ja hier Ja Okay Mehr oder weniger hier Auf jeden Fall mit keinem Schnellreisepunkt verbunden Oh mein Mick, keine Autos Weil es hier noch kein Cash-A-Ride gibt Ist voll schade Oh Eigentlich sollten wir die Quests doch nicht erst jetzt machen Ja und? Ja oder Genau Trotz und welchen Auto Der Strap sei mein Auto Ich glaub, er hat keine guten Autoqualitäten Gut gemacht Junge Kann schweben und man kann sich an ihm festhalten Also, doch Eigentlich schon Und er hält einem das Kleinvieh vom Leib Und so ein Bumblebee ist das, ne? Ein Helion-Ballon kann auch schweben und man kann sich an ihm festhalten Er fährt trotzdem nicht gut Auto Ein Helion-Ballon kann aber keine Gegner kehren Doch Wie? Wenn du den Ballon Erst später aufbläst Ähm 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 Boah ist der Scheiß-Scheiße hier Ich bin verpflichtet dir zu sagen, dass ich kein richtiger Arzt bin Ekelhaft Ja ist ja auch nicht wichtig hier Ja 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 Ah Ah Ich mein, wir waren hier noch nie Ich habe vage Erinnerung Ja, waren wir auch Ich schon Aber das liegt daran, dass Ich die, wem mich schon mal gespielt habe Was schießt du da, Simon? Äh Ich schieße Feuer? Dinger? Ein Snipper oder was ist das? Ja Mein Verleger hast immer Biest Wie unkultiviert Adel Wie wär's mit Fotzi-Viecher? Ja Weil sie die hinterfotzigsten Viecher sind, die ich je gesehen habe Und ich hab schon erlebt, wie mir ein Thresher den Arm ausgerissen hat Verdrängte Erinnerungen, ach ja Egal Schieß ein paar Projektile der Fotzi-Viecher aus der Luft Dann sehen wir uns an, ob dieser Name funktioniert Aha Diese Benennung Ja, warum auch nicht, ne? Wird noch besser Wird noch besser Besser als Prima Bieste Ja Es wird noch besser Mir sag ich nicht Okay Glaube ich Also ich hab's jetzt nicht mehr perfekt in Erinnerung Nein Bobby, nicht so schnell vorlaufen Ich muss einen Shogun-Zwerg umbringen Ich will auch Schnüppst töten Ich will auch Schnüppst töten Ja, das T ist silent, weißt du Okay Munition 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 Munitionsgeile Menschen hier Ja, brauchen wir halt, ne? Ich nicht Ja, Schnüpp ich eigentlich auch nicht Der verprägt Ich spawn mir die Munition eigentlich Ja Deswegen Risk Nein Gerade klapp ich zum Sünder, Leute, kaputt Läufe hier mal über die Boote, ne? Ja Ja, Simon, das war super Ja, ist langsam an mir kein HP Weil die natürlich klapprere gebaut sind in diesen Levels als später Ja, ja Holy shit Wenn ich dich sehe, komm mir die Freuden drehen, DT Da ist meine Sniper hier raus, einfach Genau so, DT Eeeh Alter, ne, ne Sniper, die keinen Feuerschaden macht, ist hier echt blöd Teeeh Teeeh Was ist los? Ich schieße Teeeh Du ein braver Junge Ah Alter Da wartet er Ach, hoch Hoch, hoch, ja, hoch Hoch, hoch, ja, hoch Schnauze So, wo soll die Quest jetzt hier sein? Ganz oben hinten durch, also ist ein ziemlich großes Gebiet Aha Irritierend Irritierend ist die ekelhafte Anzahl an Gegnern Ja, das auch Irritierend ist die ekelhafte Anzahl an Gegnern Aber ich hab dir von hier hinten gut ausgesnitelt Die miserablen Waffenkiste Die miserablen Waffenkiste Holy shit Ja, hm Eja, klar Ja Eine Peanut Gallery, ja Ich glaub meine Organsch Holy shit Spiel Wack nicht so rum, danke Die Musik ist gut Sure Aber gar nicht gelicensed Garantiert Ach komm, nehm ich hier die Feuerwaffe, die macht hier einfach mehr Mehr DMG Bist du jetzt schon wieder hin? Da, okay Dich? Dich? Ne, Robby Achso Wir räumen mal so ein bisschen auf mit einer einzelnen Granate Ja, die Granaten sind so geil, ne? Ja Wie die auch haben Da unten ist noch ein Klo Gut Klo Klingt ziemlich scheiße aus, wahrscheinlich Ja, ne? Badass! Wah? Ich hatte ein Klo Oh, jetzt hast du ihn schon gefunden Oh Und der Zwerg sieht Menschlicher Rucksack aus Das ist lustig Äh, okay Das ging sehr schnell Sollte das ein Boss sein? Ja Ach guck mal, der hier ist ja süß Ist halt Level 9, Junge, ne? Oh Oh, ne Shotgun, ne Blower Was? Wo? Hat der gerade dropped Hinter dir Dummer Mensch Entschuld Da Das ist ein Klo Das ist ein Klo Das ist ein Klo Deiner Knifele, die exact 67 Schaden macht Hier Und dann noch nicht für den 40er Schaden Hm, okay Oh Gott, das ist ja immer mega kacke Und so die Oh, Badass Marauder Wo kommst du denn jetzt her? Hallo? Ich will nicht sterben Wo? Ich habe aus irgendeinem Grund nämlich keinen Schaden gemacht Mhm Holy Shit Wir unterwegs Was? Was ist meins? Wie einfach schon alles... Ich konnte noch nicht mal hinschauen bis jetzt Das ist sowieso alles Müll Hervorragender Tag für den Kapitalismus Ich verkauf das jetzt hier Äh Wenn ich hier durchkommen würde Oh nein Verkaufen ist eigentlich gar nicht so schlecht In den Laden Kauf schon endlich eine Waffe Oh, neuer Skin Bekauft Irgendwer noch ein einigermaßen gutes Maschinengewehr vielleicht zum abgeben? Mh... Mit dem Rifle Habe ich tatsächlich... Nicht... Würde ich das Rifle vielleicht umsatteln Ich habe jetzt eine die relativ cool ist Also ich glaube ich habe gerade die falsche Waffe verkauft Aber das ist... Ne doch nicht Hehehe Würde ich rückkaufen oder nicht Ne passt Waffen die noch in unmittelbarer Nähe liegen mitnehmen und wieder verkaufen Lass es nicht zu sehr krachen Moment Man kann nie zu schwer bewaffne sein Raketenwerfer mit Pranzerungsschaben, ne? Mhm Dann bin ich mir mal anschauen jetzt Leuchtet grün und wie der grün leuchtet Hehehe Du dürft ja eine riesige Schleimspur hinterlassen beim Schießen oder? Ziemlich nie Ne wird gar kein schlamm nur bei dem hier macht nur einen großen matsch